Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde CSGO. Ich habe mir wieder die fesche Ute geschnappt, damit er mich hier wieder durch die Koop-Mission durchzieht. Entschuldigung, ich glaube, ich habe das übersprochen, also du sagtest Moin. Ah, und das ist das neue Cobblestone also. Hier gibt es jetzt eine Treppe hoch. Knife, Knife-Kills, Knife-Kills. Genau, wir müssen jetzt zehn Abschlüsse mit der SCAR20 hinkriegen gegen Bots, die kommen alle da, dank. Baum springen. Einer ist half-live. Bring ihn auf! Boah, der hat so ewig gebraucht, um auf die Pistole zu wechseln. Gott. Ach, wir haben ja nicht mal Geld. Nee, wir haben kein Geld. Boah, war das schlecht von mir. Obwohl, naja gut, der hat halt ewig gebraucht, um die Pistole zu nehmen. Ich dachte mir, mit dem Messer hast du jetzt keine Chance. Aber ich hätte den zweiten, den ich gekillt habe, den hätte ich schon ansagen sollen. Der kam dir nämlich in den Rücken. Ja. Ja, noch nichts. Doch, ähm, hier, von A. Dropper? Nee. Tor. Boah. Scheiße, ich kann die nicht leben. Oh, die sind on spot schon. Ja. Tötet ihr mich gesehen. Ich schieße. Ja, schieß einfach. Und ich schieße schlecht. Alter! Letztes Half-Life. Irgendwo. Hinter dem Stein. Hinter dir. Da. Haft. So. 1.000. 1.300. Sollen wir noch eine Pistol-Round spielen? Ich hab zwei Flashes geholt. Damit wir knifen können. Okay. Bombe liegt unter Titanic. Könnte es sein, dass die Titanic kommen? Da, glaube ich. Lang, lang, lang. Lang, lang, ja. Flash einmal. Da kam Feuer raus, die Schweine. Da kam nochmal Feuer. Ja. Die Hocken dahinten. What? Wie hab ich denn 80 Scham bekommen? Wir sind zurückgegangen, muss ich nicht droppen. Ja. Ja. Ich hätte eine Galil. Hast du? Hab ich. Tor? Tor. Das kann nicht wahr sein. Ja, gegen vier kann ich nichts machen, ne? Doch, kannst du. Am Tor liegt eine Galil. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Jetzt hat er dich gesehen. Wieso plantet denn keiner? Wir zeigen uns hier echt wieder von unserer besten Seite, ne? Oh, Mann. Oh, das Geld wird resettet nach Rundenende. Mist. Das ist ja auch nicht bei jeder Mission so. Nein. Aber es ist halt, damit du dir hier nicht sofort eine SCAR 20 kaufen kannst. Ja. Die wird ja nicht gedroppt von denen, sondern die können wir uns ja kaufen. Ja, ja, richtig. Lang. Eine allerdings nur. Komm, den Lifer war. Hab ihn. Sorry. Das hast du zu spät gesagt. Ja. Door. Doors. Sind schon raus. Onspot schon. Oh, da war noch eine Wand. Ey, wieso schieße ich eigentlich immer auf den Körper? Arsch. Warum schieße ich immer auf den Körper und nicht auf den Kopf, ey? Mann, sind wir schlecht. So, ab jetzt strengen wir uns an. Okay. Ach so, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ziel ist es nämlich, dass ich endlich meine goldene Operationsmünze bekomme. Dafür brauche ich noch drei Sterne. Und es gibt hier drei Missionen. Einmal die und dann zwei Missionen, die Sterne bringen, mit denen ich insgesamt diese drei Sterne habe. Also das hier ist noch eine Vorbereitung. Danach lang. Danach gibt es eine Mission, die ein Stern bringt und noch eine Mission. Nur einer. Der ist raus. Das ist das Problem. Die anderen kommt Tor. Schön. Der letzte steht vor Tor. Warte, warte. Ich spring. Tyrannymoo. Alter. Okay, mit so einem Teammate kannst du natürlich auch nicht gewinnen, ne? Ich habe den einmal getroffen. Wow. Kaufe ich jetzt? Ich kaufe jetzt was. Kaufe ich was? Ich kaufe nichts. Nee. Zweite Runde schafft er so. Einer auf lang. Zwei. Drei. Haben mich. What? Die haben schon P90. Ich hätte mal was kaufen sollen. Oh Mann. Sag mir mal bitte, warum wir so scheiße sind gerade. Ping. Ping. Wir haben Ping. Daran liegt es. Oh Mann. Ich gehe mal auf lang. Okay. Traust du mir das doch nicht mehr zu, ja? Doch, aber ich will den neifen. Achso. So, ich sehe den mich jetzt. Drei. Wir sind alle nah. Alle? Nee, nur drei. Hast du alles clear, ne? Ja. Dort, die letzten beiden. Oh, alter. Huh, das war knapp. Ja. Und wenn wir die Ska erstmal haben. Ja, dann ist es easy peasy. Komm jetzt bestimmt Dors. Hm. Ich höre nix. Doh. Ich höre sie. Okay. Viele. Ja. Oh. Sind da beide oder einer? Weiß ich nicht. Den haben wir schon was. Ja, ich habe ne Galil. Der ist hier. Lass ihn mal reinkommen. Ich hätte ne neifen können. So. Egal. 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 Wir spielen das jetzt einfach sicher runter. Ja. Ne SSG 08 wäre da noch. Ne. 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 Wieder door. Ich meine es selbst gehört zu haben. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ne. Ist wieder ruhig. Hm. Zu ruhig. Doch. Jetzt bei door. Okay. Door. Ja. Boah. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Nen Stück. Ähm. Mist. Da ist noch einer da draußen. Der hat gerade nämlich ne. Hä? Fire geworfen. Fire Grenade. Die AKs? Äh. Nein. Ich meine Galil. Guck mal da die Leiche. Doch. Hat er ne AK? Okay. Und waren die Galils die ich hier gesehen habe. Noch die aus der letzten Runde. Ach Jungs. Wo seid ihr denn? Gehen wir mal aufhecken. Steps. Ich glaube lang. Ja. Einer schon on spot. Ja. Ah sehr schön. So. Reicht das Geld? Nein. Reicht nicht. Ach. Bei mir auch nicht. Shit. Ich habe jetzt 2100 Grad gemacht. 4, 8. Ja. Du machst auch die ganzen Kills. Ach ja. Aber hey. So lange haben wir noch nie überlebt. So lange. Alle? Ja. Komm. Haben die sich zurückgezogen? Habe ich nicht gesehen. Aber ich würde es schon... Was war das denn? Die standen alle in einer Linie. Geil. Ah. Ich kann mir einen Autotuck bekommen. Okay. Schön. Mal gucken wie viel fehlt mir denn noch. Äh 5000. Also fehlen mir noch 1600. Okay. Ich lasse dir mal die Kills. Mhm. In der Hoffnung dass das klappt. Nur so irgendwo. Naja klar. Schön. Guck mal lang. Ich gucke mal da. Okay. Lang einer. Okay. Zwei. Beide lang. Ich habe jetzt nicht geschossen. Da. Sehr gut. So kriege ich zwar nur sehr wenig Geld und kann mir immer noch keine kaufen. Ach stimmt. Aber immerhin. Ach wir brauchen ja nur noch 5 Kills. Ja eben. Vielleicht kannst du ja bald eine zweite kaufen. Ja warte hier dann. Dann machst du. Ne. Doch. Ja. Okay. Dann versucht mir die Kills zu lassen. Okay. Ja. Lang. Einer ist noch lang kurz rausgepiekt. Der ist da auch noch an der Ecke. Ich lade mal nach. Noch einer lang? Okay. Der letzte weiß ich nicht. Also weg. Auch lang. Komm. Peak nochmal raus. Ich hätte eben einfach abdrücken sollen, als er rauskam. Ich glaube, der geht jetzt woanders lang. Geh mal zum Droppen. Meistens kommen sie dann der Tür, ne? Aber das hörst du ja. Ja. Ich tippe darauf, der kommt Tür. Der hat jetzt so lange gebraucht. Ha. Ja. Tür. Na also. Nice. So, das heißt noch zwei Missionen für drei Sternchen. Und dann gibt's die nächste Verdienstmünste, beziehungsweise die goldene Verdienstmünste. Juhu. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.